Es ist wichtig, dass ältere Menschen im Ruhestand sorgfältig abwägen, ob sie in der Lage sind, sich um einen Hund zu kümmern, bevor sie sich entscheiden, einen Hund zu adoptieren. Ein Hund ist eine große Verantwortung und erfordert Zeit, Energie und finanzielle Mittel. Wenn du dich entscheidest, einen Hund zu adoptieren, ist es wichtig, dass du eine Rasse wählst, die gut zu deinem Lebensstil und deinen Bedürfnissen passt. Ein kleiner Hund, der nicht viel Bewegung braucht, könnte eine gute Wahl sein, wenn du nicht in der Lage bist, lange Spaziergänge zu machen. Ein älterer Hund, der bereits trainiert ist, könnte ebenfalls eine gute Wahl sein, da er wahrscheinlich weniger Zeit für das Training benötigt. Es ist auch wichtig, dass du auf die Ernährungsbedürfnisse deines Hundes achtest und ihm eine ausgewogene und gesunde Ernährung zukommen lässt. Achte darauf, dass du genug Zeit hast, deinen Hund regelmäßig zu füttern und ihm frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Was das Training angeht, ist es wichtig, dass du Zeit und Geduld aufbringst, um deinen Hund zu trainieren. Es ist hilfreich, sich von einem professionellen Hundetrainer beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass du deinen Hund richtig trainierst. Ein gut erzogener Hund ist leichter zu handhaben und macht dir mehr Spaß. Insgesamt ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, dass die Haltung eines Hundes viel Zeit, Energie und Verantwortung erfordert. Wenn du dich dem jedoch gewachsen fühlst, wird dir der Besitz eines Hundes viel Freude bereiten, dich begleiten und dir helfen, aktiv und gesund zu bleiben. Es gibt Hunderassen, die besonders gut für ältere Menschen geeignet sind, da sie weniger Bewegung brauchen und leichter zu handhaben sind. Einige Beispiele für solche Rassen sind Pekingese, diese Rasse ist klein und braucht wenig Bewegung. Sie sind intelligent und anpassungsfähig und eignen sich gut für Senioren, die wenig Zeit haben, sich ausgiebig mit ihrem Hund zu beschäftigen. Malteser, auch diese Rasse ist klein und braucht wenig Bewegung. Sie sind sehr verschmust und eignen sich gut für Senioren, die viel Zeit zu Hause verbringen. Pudel, diese Rasse ist intelligent und anpassungsfähig und braucht sehr wenig Bewegung. Sie sind sehr anhänglich und eignen sich gut für Senioren, die viel Zeit zu Hause verbringen. Bichon-Friese, diese Rasse ist klein und braucht nur wenig Bewegung. Sie sind sehr anhänglich und eignen sich gut für Senioren, die viel Zeit zu Hause verbringen. Es ist wichtig zu wissen, dass jeder Hund individuell ist und dass es auch innerhalb einer Rasse große Unterschiede geben kann. Bevor du dich für einen Hund entscheidest, solltest du dich gründlich über die Bedürfnisse und Eigenschaften der verschiedenen Rassen informieren. Es ist auch ratsam, sich von einem professionellen Hundetrainer oder einem Tierarzt beraten zu lassen, bevor du dich für eine Rasse entscheidest. Wie viel Aufwand die Pflege eines Hundes erfordert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Größe, dem Alter und der Rasse des Hundes sowie vom Lebensstil und den Bedürfnissen des Besitzers. Generell ist es wichtig, dass du genug Zeit hast, um dich um deinen Hund zu kümmern und ihm die Aufmerksamkeit und Pflege zukommen zu lassen, die er braucht. Einige der wichtigsten Aufgaben bei der Pflege eines Hundes sind Fütterung Du musst deinen Hund regelmäßig mit frischem Wasser und gesundem Futter versorgen. Es ist wichtig, dass du die Ernährungsbedürfnisse deines Hundes kennst und ihm eine ausgewogene und gesunde Ernährung zukommen lässt. Bürsten und Pflegen Je nach Rasse und Fellbeschaffenheit muss dein Hund regelmäßig gebürstet und gekämmt werden, um Verfilzungen und Knoten zu vermeiden. Außerdem ist es wichtig, die Augen, Ohren und Zähne deines Hundes regelmäßig zu reinigen. Auslauf und Bewegung Dein Hund braucht täglich Bewegung und Auslauf, um gesund und glücklich zu bleiben. Du solltest dafür sorgen, dass du genug Zeit hast, um regelmäßig mit deinem Hund spazieren zu gehen und ihm ausreichend Bewegung und Auslauf zu geben. Training und Erziehung Es ist wichtig, dass du Zeit und Geduld aufbringst, um deinen Hund zu trainieren und zu erziehen. Ein gut erzogener Hund ist leichter zu handhaben und macht dir mehr Spaß. Es ist wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, dass die Haltung eines Hundes viel Zeit, Energie und Verantwortung erfordert. Wenn du dir das zutraust, wird dir der Besitz eines Hundes jedoch viel Freude bereiten, dich begleiten und dir helfen, aktiv und gesund zu bleiben. Wenn du dir das zutraust, wird dir das zutraust, muss ich nicht mehr geben. Vielen Dank.